In Microsoft Excel gibt es hunderte Funktionen, tausende Formeln und noch mehr Features. Da kann man nicht nur schnell den Überblick verlieren, sondern manchmal hat man das Gefühl, Microsoft selbst möchte nicht, dass du von diesen Features erfährst. Heute möchte ich dir einige nützliche Funktionen zeigen, die teilweise so tief in irgendwelchen Einstellungen vergraben sind, dass sogar ich erst vor kurzem das erste Mal davon erfahren habe. Sie jedoch als enorm nützlich im täglichen Workflow empfunden habe und sie auf jeden Fall mit euch teilen möchte, denn du kannst auf jeden Fall ebenfalls davon profitieren. Falls das Ganze gut klingt, überleg dir diesen Kanal zu abonnieren und bleib jetzt dran. Ich denke, jeder der mehr als 5 Minuten mit Excel gearbeitet hat, kennt die Autovervollständigung von Excel. Das bedeutet, wenn ich zum Beispiel Montag reinschreibe und dann Dienstag und beide Werte markiere, kann ich sie runterziehen, dass mir eben Mittwoch, Donnerstag, Freitag und so weiter angezeigt wird. Das heißt, das ist die Autovervollständigung. Heute möchte ich dir zeigen, wie du eigene Listen anlegen kannst, mit denen du solche Autovervollständigungen selbst erstellen kannst für Werte, die du oft benötigst. Sagen wir zum Beispiel, ich habe hier drüben meine Klassenliste von Personen, die ich oft benutze. Das heißt, jedes Mal, wenn ich diese Liste brauche, müsste ich sie entweder hier raussuchen und rauskopieren oder sie erneut abtippen. Heute werde ich jedoch eine neue Liste erstellen. Dazu gehen wir einfach oben im Menüband irgendwo auf Rechtsklick und sagen Menüband anpassen und gehen auf Allgemein. So kommen wir am schnellsten in die Excel-Optionen. Hier gehen wir dann auf Erweitert und scrollen ganz nach unten. Ganz unten unter Allgemein haben wir hier Benutzerdefinierte Listen bearbeiten. Das öffnen wir und hier sehen wir eben diese Listen, die in Excel eingespeichert sind, die wir nicht bearbeiten können, die eben zur Autovervollständigung dienen. Und hier können wir neue Listen selbst anlegen. Hier können wir Werte selbst reinschreiben, wenn wir das möchten. Wir können aber Werte direkt aus unserer Tabelle importieren. Dazu nehmen wir einfach diesen Wert hier, markieren uns alle unsere Werte, drücken Enter und klicken auf Importieren und schon sind alle Werte in der Liste eingetragen. Dann drücken wir OK, drücken nochmal OK und wenn wir jetzt zum Beispiel hier starten und sagen Simba und wir nehmen den Wert hier und ziehen ihn nach unten, dann sieht er gleich, OK, ich kenne mich aus. Das sind meine Werte. Das heißt, wenn ich irgendwo auf einem anderen Tabellenblatt bin, schreibe ich zum Beispiel einfach Mic rein und dann Juli, nehme die Werte und ziehe sie einfach nach unten und habe so in wenigen Sekunden alle meine Werte, die ich oft benötige, direkt als Liste gespeichert. Wir haben jetzt also eine schöne Tabelle, die wir zum Beispiel einer anderen Person senden wollen. Das Ganze können wir einfach über Speichern und Weitersenden machen oder wir senden der Person ein schönes Bild davon. Und deswegen werden wir jetzt die Kamera aktivieren. Dazu gehen wir oben in der Symbolleiste auf den Pfeil und sagen weitere Befehle. Dann gehen wir bei Befehle auswählen auf alle Befehle, dann lädt es ganz kurz und dann suchen wir die Kamera und haben es in dem Fall auch schon gefunden, heißt einfach ganz normal Kamera. Mit hinzufügen holen wir es rüber, drücken OK und hier oben haben wir jetzt die Kamera drin. Nachdem die Kamera jetzt eingefügt ist, kann ich die Werte markieren, die ich eben fotografieren möchte. Das heißt, in dem Fall möchte ich diese Tabelle hier markieren und drücke aufs Kamerasymbol. Jetzt ist das Ganze markiert, als ob ich es eben kopiert hätte. Jetzt kann ich zum Beispiel in Outlook reingehen, eine neue E-Mail erstellen und kann mir das Ganze hier einfügen. Was ich ebenfalls machen kann, ich kann hier drüben aufziehen und sagen, das ist jetzt hier drüben meine Tabelle. Das heißt, ich habe hier ein Foto. Wir sehen das Ganze, das ist ein Bildformat. Das heißt, ich könnte theoretisch auch irgendwelche Effekte hinzufügen oder einen Rahmen. Und dann habe ich diese Tabelle hier als Bild. Das ist jedoch noch nicht alles. Schauen wir uns ganz kurz den Samuel hier an. Das ist die 8, der Samuel aus Österreich. Und ich sage jetzt, nee, der kommt aus Deutschland und schreibt DE rein. Und jetzt ändert sich das Ganze im Bild. Obwohl das eben ein Bild ist, hast du das hier Ganze mit der echten Tabelle verknüpft. Das heißt, jedes Mal, wenn du den Wert hier änderst, ändert er sich im Bild ebenfalls mit. Ich denke, jeder kennt den ganz normalen Filter. Das heißt, wenn ich hier eine Tabelle habe, kann ich mich in Überschrift reinstellen, gehe auf Sortieren und Filtern, klicke auf Filtern und schon habe ich hier meine Dreiecke, mit denen ich zum Beispiel eben nach Deutschland filtern kann oder eben nicht nach Deutschland filtern kann. Das Problem hierbei, die Tabelle wird immer kleiner und die Werte werden mir nicht mehr angezeigt beziehungsweise hier werden die Werte verschoben. Aus diesem Grund möchte ich heute einen Filter aktivieren, bei dem die Ursprungstabelle gleich wird und hier neben die richtigen Werte eingetragen werden. Das erste, was ich hier mache, ich markiere mir hier die Überschriftenzeile auf die rechte Seite. Das dient mir jetzt quasi als Übersicht, wo ich hier den Filter eintragen kann. In meinem Fall sage ich jetzt, ich möchte alle Werte ausgeben, wo das Land Deutschland ist. Deswegen schreibe ich unter Land direkt Deutschland rein. Jetzt stelle ich mich hier rein und sage, ich aktiviere jetzt einen erweiterten Filter, nämlich unter Daten, hier drüben unter Filter, erweitert. Das ist ein Spezialfilter und ich sage, an einer anderen Stelle kopieren. Das wähle ich jetzt an. Mein Listenbereich ist dieser Wert hier, das heißt, meine komplette Tabelle ist meine Liste. Kopieren nach möchte ich, dass es mir bitte hier nach unten kopiert. Mein Kriterienbereich ist dieser Bereich hier, das bedeutet die Überschriften inklusive der ersten Zeile. Dann drücke ich OK und jetzt hat er mir, wenn ich das ausklappe, hat er mir eben hier drüben die ganzen Deutschen hin kopiert und die könnte ich jetzt theoretisch hier rauskopieren oder ich könnte mir die anschauen oder ich schreibe hier AT rein, filter das Ganze erneut und habe dann meine Österreicher hier unten stehen. Das heißt, wenn du Filtern bereits benutzt, dann probiere mal das erweiterte Filtern in Excel aus. Aus meiner Erfahrung geht im täglichen Leben leider viel zu viel Zeit damit drauf, Werte in einer Tabelle zu suchen, zu finden und dann eventuell zu ersetzen. Aus diesem Grund möchte ich dir jetzt einige Tipps zeigen, wie du das enorm verschnellern kannst. Zum Beispiel möchte ich in dieser Tabelle alle Schweizer finden und diese zu Deutsche ändern. Das kann ich natürlich über einen Filter lösen, aber manchmal funktioniert das nicht. In meinem Fall markiere ich jetzt die Tabelle, in der ich das anstellen möchte. Ich gehe rechts oben auf Suchen und Auswählen und auf Suchen und suche mir hier alle Schweizer. Das heißt, ich schreibe CH rein und sage alle suchen. Jetzt mache ich das ein bisschen größer und eventuell kennst du das, aber das hier unten ist dir wahrscheinlich noch nicht aufgefallen. Hier sind nämlich alle Werte drin, die eben CH beinhalten. Das heißt, wir haben hier den Wert CH, hier, hier, hier und der Micha hat ebenfalls ein CH drinnen. Ich möchte aber wirklich nur die CHs ändern. Das heißt, ich lasse die Steuerungstaste gedrückt und wähle mir einfach diese Werte hier raus und wir sehen hier drüben, markiere das automatisch. Jetzt können wir das Ganze schließen und jetzt sind die Werte markiert. Was ich jetzt machen kann, ich schreibe einfach DE rein. Ich bin übrigens hier in der unteren Zelle drinnen, das sieht man, weil die hier grau sind und die hier nicht. Dann schreibe ich DE rein, drücke wieder STRG und drücke nochmal ENTER. Und jetzt hat er automatisch alle vier Werte in DE geändert, obwohl ich es eben nur ein einziges Mal reingeschrieben habe. Das Ganze funktioniert übrigens auch gut mit leeren Zellen. Wenn ich hier leere Zellen habe, die ich nicht einzeln raussuchen möchte, dann kann ich das Ganze ebenfalls einfach lösen. Ich markiere wieder die komplette Tabelle und drücke jetzt einfach entweder STRG oder ich gehe wieder auf Suchen, auf Inhalte auswählen. Ich drücke jetzt einfach mal STRG und habe hier alle meine Werte. Dann gehe ich hier unten auf Inhalte und kann jetzt spezifische Inhalte zu diesen Werten nennen. Das Ganze kannst du dir mal in Ruhe durchsehen. Zum Beispiel kann ich hier nur Zellen markieren, die eine Formel beinhalten oder den aktuellen Bereich. Aber ich kann auch zum Beispiel die Leerzellen markieren. Das heißt, ich gehe hier auf Leerzellen, drücke OK und mir werden hier diese vier automatisch ausgewählt. Dann kann ich wieder einen Wert hineinschreiben, zum Beispiel DE, drücke wieder STRG und ENTER und ich habe wieder alle Werte ganz einfach ausgefüllt. Was mir manchmal überhaupt nicht eingeht, ist, warum Excel diese Funktion verschweigt. Ich habe hier drei unterschiedliche Tabellen und das sind jeweils Monate. Und ich habe hier als bessere Übersicht, habe ich die Überschrift natürlich zentriert und verbunden, dass eben diese drei Zellen verbunden sind, da wir eben wissen, diese Tabelle steht für den März, diese für den April und diese für den Mai. Das Problem ist, wenn ich jetzt zum Beispiel meinen Namen markieren möchte, möchte ich hier runter gehen und dann geht das natürlich nicht, weil dieser Wert ist über drei Zellen verbunden. Das heißt, sobald ich hier drauf gehe, markiert er mir alles, da er ja alle drei markieren muss, da sie ja verbunden sind und ich kann mir nicht die Namen nach unten verbinden. Das Ganze ist natürlich blöd, aber es ist nachvollziehbar, da wir eben hier verbinden und zentrieren haben. Das heißt, wenn ich die Werte hier nehme, kann ich die markieren und drücke verbinden und zentrieren. So weit, so gut. Allerdings gibt es hier nur einiges bessere Möglichkeit. Und so, wenn ich das weg mache, wieder die drei Werte markiere und hier auf Ausrichten gehe und dann gehe ich bei Textausrichtung auf horizontal, kann ich hier über Auswahl zentrieren, OK drücken, dann schaut das Ganze genau gleich aus wie vorher, aber ich kann eben hier drüber markieren, ohne dass er mir die linke und die rechte Spalte mitnimmt. Diese Funktion ist um einiges hilfreicher, besser und aus irgendeinem Grund wird einem hier immer die falsche Funktion angezeigt und deswegen ist es nachvollziehbar, dass die meisten das hier verwenden und nicht die richtige Funktion zum Horizontal trentrieren. Wenn es um einen S-Verweis geht oder um einen X-Verweis, werde ich ganz oft gefragt, wie denn die Logik dahinter aussieht. Nun ja, bei einem S-Verweis oder bei einem X-Verweis schaut es so aus, dass er eben die Werte von oben nach unten nimmt. Das bedeutet, wenn ich zum Beispiel nach AT suche und zwar nach dem Namen, dann nimmt er sofort den ersten Wert. Das kann in vielen Fällen gut sein, in manchen Fällen natürlich auch blöd. Deswegen möchte ich dir jetzt zeigen, wie du den ersten Wert von unten nehmen kannst. Das heißt, du suchst quasi von unten weg und nicht von oben. Das geht in dem Fall leider nur mit dem X-Verweis, aber schauen wir uns das mal an. Ich schreibe einfach mal rein, ist gleich X-Verweis, Klammer auf, das Suchkriterium ist in dem Fall AT, machen wir einen Strichpunkt, Suchmatrix ist mein Land und meine Rückgabematrix ist der Name. Hier siehst du übrigens, wie gut der X-Verweis im Gegensatz zum S-Verweis ist. Leider ist er nicht in jeder X-Version anfindbar. Nicht gefunden lassen wir aus, Vergleichsmodus lassen wir aus, aber im Suchmodus sehen wir jetzt, dass wir aussuchen können, entweder vom ersten Element oder vom letzten. Und wir möchten im letzten, das heißt, wir schreiben ein Minus 1 und drücken Enter. Und in dem Fall kriegen wir die Lara raus. Das heißt, er startet von unten, findet unten das AT und hat hier die Lara drinnen. Das heißt, falls du in deinem X-Verweis von unten weg suchen möchtest, dann bitte nimm das Minus 1 hier ganz hinten im X-Verweis. Wenn du eine Zeile in Excel einfügen möchtest, gehst du ja hier drüben auf Rechtsklick und sagst Zeile einfügen. Wenn du mit Tastaturabkürzungen arbeitest, kannst du dich auch reinstellen und drückst Steuerung Plus. Du kannst allerdings viel mehr Zeilen auf einmal einfügen, indem du einfach mehrere Zeilen markierst. Wenn ich sage, ich möchte zum Beispiel drei Zeilen einfügen, dann mache ich das Ganze nicht dreimal, sondern ich markiere mit drei Zeilen und drücke einfach Steuerung Plus und er fügt mir automatisch drei neue Zeilen ein. Lustigerweise habe ich das erst vor einer Woche gelernt und ich finde es ziemlich lustig, dass ich das nicht wusste. Das heißt, bei mehreren Zeilen einfach so viele Zeilen markieren, wie du das möchtest. Ich bekomme oft die Frage, wie man bei einer Datumsberechnung ganz einfach nur die Arbeitstage ausrechnen kann. Das heißt, wenn ich zum Beispiel sage, ein Projekt dauert sieben Tage, dazwischen ist aber ein Wochenende und das soll nicht mitgerechnet werden. Das Ganze geht ganz einfach und zwar mit der Netto-Arbeitstage-Funktion. Das heißt, ich schreibe einfach rein, ist gleich Netto-Arbeitstage, dann schlagt er mir das eh schon vor. Dann habe ich ein Ausgangsdatum, nämlich das Datum und dann habe ich das Enddatum. Wenn ich jetzt Enter drücke, sehe ich, das Ganze dauert vier Tage. Das kann ich jetzt mal runterziehen und hier habe ich die Arbeitstage. Allerdings ist manchmal nicht nur das Wochenende dazwischen, sondern auch ein Feiertag oder ein Betriebsausflug oder wie auch immer. Aus diesem Grund kann man hier noch weitere Werte hinzufügen. Wenn ich hier drüben zum Beispiel eine Spalte habe und sage Urlaub, dann kann ich hier Werte einfügen. Zum Beispiel der 7.2.2022 ist ein Urlaub, der 8.2. und der 9.2. ist ebenfalls ein Urlaub. Dann gehe ich nochmal meine Funktion rein, stelle mich hinten rein und sage, bei freien Tagen nehme ich diesen Bereich hier, das heißt meine drei Werte. Das Ganze muss ich natürlich mit F4 absolut setzen, drücke Enter. Der Wert hat sich jetzt nicht geändert, aber wenn ich hier runtergehe, dann sehe ich, dieser Wert ging von zwölf Tage auf neun runter. Ich gehe nochmal zurück, das heißt wir haben hier zwölf Tage und hier haben wir eben neun, weil genau dieser Bereich hier Urlaubstage sind und deswegen hat sich das Ganze verschoben. Das heißt, so einfach kannst du Arbeitstage in Excel berechnen. Das sind auch schon alle Funktionen, die ich dir heute in diesem Excel-Video mitgeben wollte. Falls dir was dabei war, was du noch nicht kanntest, würde ich mich wirklich über einen Daumen nach oben freuen. Falls du den Kanal noch nicht abonniert hast, überleg dir das zu tun. Es ist kostenlos und du kannst deine Meinung jederzeit ändern. Falls du das Gefühl hast, dir hat das Video wirklich weitergeholfen, dann würde ich dir wirklich das Video ans Herz legen. Dort erkläre ich dir noch mehr und teilweise noch bessere Excel-Tipps, die du in deinem täglichen Workflow anwenden kannst. Ich würde mir das Video auf jeden Fall ansehen. Es freut mich, dass ich dir helfen durfte. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ciao.